Jo moin Leute, herzlich willkommen zu diesem Video. Die Formel 3 Saison geht wieder los in Bahrain. Sakir mit dem Qualifying. Los geht's heute um 16 Uhr live auf Sky Sport F1 und im F1 TV. Von der Pole startet Johnny Edgar, herzlichen Glückwunsch. Dahinter Alejandro Garcia vor Zac O'Sullivan und von der 4 startet Sophia Flörsch. So, das war's von der Formel 3 Saison 2023 mit den Predictions. Aus Bahrain. Sakir mit dem Qualifying. So, wenn euch das wieder gefallen hat, lasst ein Dornchen nach oben da. Vergiss kein Abo. Dann nehmen wir das Glöckchen. Das nicht vergessen, sagt die Wien. Dann verpasst ihr gerne eine Benachrichtigung auf diesem Channel. Bis deiner. Good Waste. Ciao.